Oh nein! Oh jetzt hätte ich mich beinahe selber getroffen. Darlou! Darlou hat direkt mal weggefischt, die Sau. Du hast die drei mal mit drei Summen reingestellt. Ich hab die drei mal getroffen. Kannst du auch. Kannst du schon sehen, wie wechselst du. Das war so geil. Jawoll! Oh, wer klaut mir doch die Roten? Das kann doch nicht sein. Wer fährt denn? Du bist doch der Bowo, der reingefahren ist. Ach, deine Mutter ist der Bowo, die mir immer rennt. Bobo! Da ist noch eine Darlou. Oh Darlou, bitteschön. Da fährt er so mich hier vorne weggefahren. Ich hab gewonnen! So ein Witz! Mann ey, da kriegst du als letztes so ne Scheiß-Banane. Oh. Meine Abermedia ist aus. Wuch. Hast du gerade drauf gehauen, eventuell? Mö, ne. Mö, möglicherweise! Mö, mö, mö. Mö, mö, mö. Jetzt ist er schon wieder an. Ah, jetzt ist er wieder an. Ja, halt die Fresse. Ja, Marc, hab grad was getrunken. Lass doch was. Nein, jetzt hab ich's zufällig! Oh, nö! Ist so ne Scheiße, alter! Weltuntergang, mein Freund. Wieso ist das so fein? Jetzt kommt trotzdem die Regenbogen nicht fett gewesen. Die haben auch schon lange nicht mehr gespielt. Du recht. Damit hab ich jetzt aber nicht hier. 1, 3, 3, 5, 5. Ja, nee, ist klar, Leute. 1, 3, 3, 5, 5. Ist ja krass. Halt die Fresse! Alter, Alter, Alter! Alter. Alter! Ey, Moment. Dann geht's sogar noch besser. Halt die Fresse! Jawohl! Oh! Kann man nur so ne Scheiße wählen? Moment. Geil. Ja... Einfach geil. Muss ich erst mal hupen. Voll Speed? Jawohl, 10 over uns! Huk uns, Alter! Oh nein. Ja, deswegen kriegst du auch die blaue ab. Oh nein, die haben alle rote und grüne und blaue. Ja, ihr seid alle aufeinander gewesen. Ja! Die blaue abgewehrt. Panik! Ich bin da stehen geblieben. Christian ist erster, das geht nicht! Ich hab kein Item mehr gekriegt. Ich hab kein Item mehr gekriegt. Ich hab kein Item mehr gekriegt. Na wo? Die Klampe! Nein! 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 Ach komm! Sie haben mein Duell gewonnen. Boah! Nee, da kam die grüne von dir. Alter! Boah, war das knapp! Haben halt auch die Besseren gewonnen, ihre Duelle. Maul! Halt die Fresse! Guck mal, ich sag doch, ohne Teams ist geil, das ist viel krasser und viel heftiger und viel krasser. Deine Mutter ist viel heftiger. Viel mehr random. Ja, ist aber nicht schlimmer, trotzdem ist Spass. Ich glaub, wir sollten gar nicht über meine Arme, das fühlt sich nur so an. Wir müssen, wir müssen eine Strecke. Ist schon wieder weg, immer wenn du guckst. Oh, Peter, das ist ein Blutgerinnsel im Arm. Oh, oh, oh. Ja, gleich Schlaganfall live hier vor der Webcam. Oh nein, ich hab die, das war mein Fehler, die waren grad schon gespielt. Das ist okay. Yes! OhBrian. Das ist lustig. Das wird mit Sicherheit überrunden um Nachsichtsdien. Die Strecke. Bei Jay merkt man immer, wenn er angestrengt Der holt euch jetzt Kionemoo, der erste Ach, fick mich doch in meine Puperze Ach, anale Phase Ich war voll schlecht Anale Phase Ist anale Phase Jetzt hat Dalu gef... Ne, warte mal, Bram hat gewonnen Oh, na, wow, ich hab mir nicht gefehlt Glorius, Fehler gemacht Ne, ich bin in eine Banane gefahren Aber ich konnte dich Gott sei Dank noch abschießen Moment, in der Banane geführt er wieder eine Rakete Komm, 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 komm Ja, warte Scheiße, Mann Ach ja, so macht man das halt Jetzt habe ich gleich viele Punkte mit Peler Weil er auch erster und letzter wurde Ja, krass, ne Nach der ersten Runde dachte ich, diese ganze Schose ist vorbei Aber Ich guck, sei nicht dritter Aber einmal ein Treppchen What, wie hat er denn beide ab? Hey, jetzt ist gut, ja Ne, Christian, fuck Fuck off Alter, zweimal letzter, zweimal erster Ich hab dir deine Rote weggeschafft Vielleicht hab ich trotzdem gewonnen Ja, hast du Okay, geiles Spiel Geiles Spiel Sonst hätte ich es ja doch nicht gemacht, Peter Achso, ja, okay Sonst hätte ich dich einfach veranlasst Ach, Bram, Dalu, jetzt hat er dich gebissen und nicht getroffen, oder was? Welche Krankheit? Wow, Semper, ey Oh, Verlachs! Ja, 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 ja Ich hab immerhin schon mal Bram eingeholt mit den Punkten Man muss sich persönliche und erreichbare Ziele setzen Bram, spielst du eigentlich unter deine Putzfrau gerade? Eine Lady Bitch Race am Start Achso, alles klar Ich hab nur ein Mikro in der Hand, weiß man, klar war ein bisschen was Sitzt sie gerade auf deinem Schoß? Na sicher, also wie immer Nur mit so einem geilen japanischen Miniskirt-Walk, weiß man, richtig geil Kurz die Stange Poliert Alles klar Wow Ja, und der Neger Oh, Vario schießt mich noch ab von unserem Team Knappwoll! Hast du gerade gesagt, der Neger? Ja, ja, ich hab's auch gehört Oh, krass, ey Wer hat was gesagt? Ja, ja, ist okay, Jay Warte, nein, nein, er hat mich das gesagt Warte, ich hab's gesagt Neee, nee Ich hab nichts gesagt Oh, das ist nicht richtig Oh Gott, da kommt man Nein Schön, Jay Oh, Mann, ich werd auch nicht vergessen Ich fuhr drauf Was war das denn von euch? Oh nein, ich hab schon viele Ich bin Dritter geworden, hab viele Arbeiter, die hatten übertragen Ich hab keinen Bock mehr Ey, wo bist du? Du bist Sechster, Alter, du bist Letzter, Mann Du bist Sechster, Sam Du bist Dritter geworden Ja, jetzt Nein, 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 dann hattest du schon ganz lange gar mit Daten übertragen Ja, fickt euch, dann spielst du alleine Weißt du, ich bin im Ziel, ich bin ein Meter vorm Ziel Fuck you Du warst ein Meter vorm Ziel, Alter, du warst schon irgendwo was bei sich Du warst in der Mitte der Map-Steer gewesen Er ist bei sich im Spiel dritter geworden, aber wahrscheinlich hat die Hälfte der Zeit Hat er gar nicht mehr gegen uns gespielt, sondern gegen irgendwelche NPCs Ja Oh, jetzt kommt das ja nicht weiter Und fickt mich auch noch Hehehehe Nein, die Mauer hat mich aufgehalten, das kann nicht wahr sein Und jeder kriegt die Rakete Guter mouvement Ich will eine Rakete. Ich springe dann über die Ecke und Bram steht vor uns. Das war aber mega verwirrt, glaube ich. Mann, wieso kriege ich nur Mützen in der ersten Fuck-Runde? Okay, da musst du ein bisschen mehr Gain, weißt du? Ja, da bist du der König drin im Gain, Junge. Nee, nicht mit Y, mit A, I. Achso, ein bisschen mehr Gainen? Ja. Okay. Du musst auch von Salat schrumpft der Bizeps. Naja, deswegen werde ich jetzt ein bisschen Gainen, Junge. Und dann werde ich ein bisschen Chabbern und Chab-Babbon. Ja, aber schon ganz schön langweilig, dann muss ich auch ganz schön Gainen, wa? Ja, wo ist ein Dummi, wenn man den braucht, ey? Ja, aber dann bist du vielleicht auch müde, dann solltest du mal ins Bett Gainen, Junge. Das geht mir hier zu weit, ey. Ja, okay. Oh, die Schreck ist scheiße. Das ist ein Gainen und Nehmen. Ne, der war scheiße. Ne, der war scheiße da, du, richtig. Du kannst das nicht. Ja, einfach mal, ja. Alter, könnt ihr mal aufhören, mir auf den Sack zu Gain, ey? Lass der auch wieder Gain. Ich glaube, ich muss gleich erst mal pinkeln mit meinem Gain in die Tal. Du hast doch auch so einen Gain-Stock zu Hause. Stimmt. Der war gut. Der war nice. Nicht so wie da, ich sprüche. Das ist das echt für ein Gold-Sack hier, was man da unten links hat als Münze. Das ist von Animal Crossing. Das ist von Tim Nook, dem alten... Ja, dem alten Jedermann. Ja, genau. Können wir aufhören, in meine grünen zu fahren? Ich brauch die. Oh no, braam. Bam, bam. Nein, Christian, du bist ein Hurenkind, ein Hurenkind bist du. Peter, du vierter, du bist auch ganz schön schwach, ey. Boah. Der war aufhören in der letzten Kurve mit drei Grünen. Boah, ich hasse mein Leben. Boah, drei Leute sind Erster, das ist auch mal was. Peter, ey, das ist doch vorhersehbar, wenn der da hinten schießt. Warte, die letzte Runde. Das war vorhersehbar. Nein, da war ich die letzte Runde. Wir haben erst 14 Punkte, das kann doch gar nicht. Boah, jetzt gehen wir nicht so ab, ey. Drei Stunden sind Erster, das ist ganz schön spannend. Mit drei Leuten Erster, das ist echt spannend. Oh nee. Nein, du weißt nicht, wir sind zu früh. Oh nein. Nein. Er hat aber noch einen Pilger, einen Stern. Oh, ein guter Pilz. So ein scheiß. Guter Pilz. Das darf doch nicht wahr sein. Boah. Was stimmt denn in letzter Zeit mit Jay nicht? Karma, Peter. Was stimmt denn in letzter Zeit nicht? Ich fand es Jay eine alte Frau. Oh, Peter, Alter, das wäre ja fast ein flawless Sieg gewesen. Nur für Sepp Clash. Und da klatscht er mal Sepp in die Hände. Sehr, sehr stark. Ich habe gestern so vier oder fünf Folgen geguckt. Sehr, sehr, sehr starke Staffel. Wovon? Die Trovatos? Narcos. Die Trovatos. Was sind denn die Trovatos? In dieser Runde. Ja, drei Rotzoll. Egal. Wir haben aufgeholt. Sterne. Wie viele Sterne hattest du? Mindestens drei. Ein Punkt. Nee, Quatsch. Drei. Alter, das sind gar nicht so wenig. Musst du gar nicht so übertreiben. Ja, waren halt keine drei Trofe. Ich bin leid. Doch, waren es. Nein, waren es nicht. In der kompletten Folge? Ich glaube sogar auf Video. In der kompletten Folge von mir aus. Nein, nein, in dieser Runde meine ich. Auf dieser Strecke. Aber nicht jetzt hintereinander. Nee, ich hatte keine drei. Ich habe es auf Video. Ja gut, aber ich hatte die nicht hintereinander. Ja, du hast infiziert, dass ich die hintereinander gehabt hätte. Und damit deine Roten nicht abfeuern konntest. Ach, leckerlich, Peter. Kann ich auch sagen, machen hier. Und dann damit versuch ich mich zu diskreditieren. Ja, das ist der Smits heute. Alles klar. Warte. Du hast impliziert, dass ich die hintereinander kriege, damit du deine Roten nicht abschießen kannst. Habe ich nicht. Klar hast du das. Nein. Okay, das vierte Mal Münzen. Leute, jetzt langsam ist Schluss gleich. Peter, jetzt hast du mich weggefickt, du Arschloch. Beschuldige mich mal. Ich muss das mal nützen. Das kann ich mal sein. Alles klar, Peter. Du hast die Kröte benutzt. Die Kröte. Hast du die Kröte benutzt? Hast du die Kröte benutzt? Die Kröte. Ich glaube, das ist falsch mit dir. Jolatana ab. Bra, Peter, du Arschloch, ey. Ja, echt mal du Peter, du Arschloch. Aber was hast du die Kröte benutzt? Nimm doch nicht immer die Kröte. Die böse Kröte. Das ist doch jetzt echt genug Kröten hier. Ich blick dir gar nicht mehr durch. Ja, du blickst echt nicht mehr durch. Gehst auf deine eigenen Mates. Oh, nice. Rematch. So, jetzt werden sie zerpflückt. Das ist doch, das ist doch ne schöne Geschichte. Der hat schon gejinxt, bevor das Rennen überhaupt geladen hat. Jetzt werden sie zerpflückt. Dann müssen wir auf deren Strecke, müssen wir die abgezogen haben. Aber der hat zerpflückt, Alter. Das war jetzt schlecht. Der hat zerpflückt, Junge. Das darf nicht wahr sein. Ja, der hat geschossen, ey. Ich hab noch zwei überholt. Das kann nicht wahr sein, Mann. Was ist denn da los? Der hat zerpflückt, Alter. Das kann nicht wahr sein, ey. Jawoll, zehn Punkte nach zwei Rennen. Ich hab jetzt drei rote, das ist nicht sonderlich cool. Ah, schneller! Nein, die armen Rakete! Komm, Peder! 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 Er muss gereicht haben. Doch, gereicht, oder? Ja, ich glaub schon. Komm! Ja, doch, doch, das reicht. Jawoll! Zerpflückt! Peder! Peder! Ja, pflückt, Alter. Jawoll! Wie angekündigt! Ohne Probleme! Wir haben sie gerupft wie Hüder! Von Anfang an! Aber man will es halt auch mal haben, Bro, wenn du Dalu und Sepp im Team hast, ey. Jetzt werde ich natürlich Zweiter. Ohhhh. Nein! Schade. Nein! Ich denke doch, scheiße, du bist in die Kurve gehalten, jetzt gewinnt Peter. Ist eigentlich so ganz angenehm, wenn Dalu mal nicht redet. Spannende Runde. Kann man nicht sagen. Haut rein, bis dann. Mehr kann man nicht sagen. Mehr kann man echt nicht sagen. Mehr kann man nicht sagen. Ey Jay, was hast du gesagt? Kann man nicht sagen? Entschuldigen wir uns an dieser Stelle für den Hörschuh. Tschö. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö. Tö. 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 Untertitelung des ZDF, 2020